Seid gegrüßt, meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal, SkyNoon in der Beta. Schön, dass ihr reingeschalten habt. Wer sich jetzt alles denkt, Ralf, was ist denn das für ein Game? Das ist ganz untypisch für deinen Kanal. Jo, sehe ich auch so. Aber es gab ja in letzter Zeit einige Games, die ziemlich gut durch die Decke gegangen sind, und zwar Fortnite. Und auch jetzt dieses neue Game, das ein bisschen durchgeknallt ist, das Name ich gar nicht kenne, aber auch völlig egal. Wir spielen SkyNoon. SkyNoon hat auf jeden Fall auch sehr geiles Multiplayer-Potenzial. Und wer jetzt Bock hat, sich das mit mir anzugucken, bleibt bitte dran. Entschuldigt meine Stimme, ich bin ein bisschen heiser, ich war halt viel unterwegs, hab viel gequatscht, und jetzt ist meine Stimme ein bisschen am Abkacken. Ja, ich hoffe, dass ihr das also mir verzeiht, dass ich nicht so viel quatsche. Nichtsdestotrotz, guckt mal zusammen das Game mal an, wir gucken die Game-Mechanik an, wir machen mal das Tutorial, und dann könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Game haltet. Ich persönlich hab Bock drauf und würde mich freuen, wenn ihr mir auch ein bisschen Feedback da lasst. Tutorial 2 plus 2, nee, 2 plus 2, mir ist 1, ist 3. Okay, danke, Apfel und Buch, los geht's. Press W-S-A-D to move, okay, das kriegen wir hin. Holy shit, was denn mit dem Wind hier, oh, Alter, meine Augen, was geht hier ab? Okay, wir haben jetzt ein Scheißhaus, hier erstmal dagegen hauen, kann ich da bitte rein? Nö, ich kann, ich kann, ich starte also, ja, okay, es soll mich jetzt nicht weiter stören. Fast kann ich nicht kaputt machen, wir haben eine Lampe, springen darf ich. Das Coolste kommt da sowieso gleich, Leute. Es gibt einen Grappling-Hook, und der geht mal richtig ab. Plus, ähm, ich merk gerade, hier ist alles ein bisschen am Schweben. Low Gravity, und ich bin echt gut gehypt auf dieses Game. Ich hab richtig Bock, das zu spielen. Hold the right mouse button to grapple. Hups. Hup, mal hoch da. Und da hoch. Oh, oh, ich hänge am Zeppelin fest. Alles klar, ihr seht, man kann überlang grappeln. Hup, oh, oh, oh Gott, schnell hoch da, schnell hoch da, schnell hoch da und hier rüber. Alles klar. Okay, es gibt auf ihn Lasso. Passt mal auf, ich geh ein bisschen auf die Seite, mit dem Lasso kann ich nämlich Sachen zu mir ziehen. Komm her. Und mit diesem Kart, das explodiert jetzt gleich, kann ich dieses Türchen öffnen. Das ist ein bisschen wie an Weihnachten. Okay. Und jetzt gibt's ein neues Kart, weil das gerade explodiert ist. Das heißt, wir holen das mal rüber hier, das Ding. Ich grapple mich mal da hoch. Und wir holen das Kart hier weiter hoch. Dann kann ich mir auch angucken, was für Waffen ich gerade trage. Grappling, Hook und Lasso. Gibt übrigens auch noch mehr Waffen. Oh, das ist aber schön hochgefahren. Und hier vorne, theoretisch, kann ich die Weiche umstellen. Hier, shoot me. Aber da passiert nichts. Aber shoot me heißt, wir warten. Was gibt's hier? Abilities und Weapons. Wir gucken uns auf jeden Fall erstmal die Weapons an. Voll geil, was hier rumfliegt. Okay, zur Auswahl. Haben wir gerade hier drei Waffen, so wie es aussieht. Hier auf der linken Seite. Habe ich die Box erstmal weggekickt. Left Mouse Button to fire the weapon. R to reload. Okay, sieht aus wie ein Revolver. Hier ist ein Revolver. Geht jetzt auf die rechte Seite. Wisst ihr was? Dann probieren wir das gleich mal aus hier. Grapplen wir uns mal den Weg hier runter. Auf geht's. Auf die witzige Reise hier. Rechte Maus hast du Grappling. Guck, linke Maus hast du schießen. Oh. Komm zurück. Entschuldigung. Das ist ja witzig. Ich kann da auch einfach drauf schießen, dann geht's weiter. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Wie du was gelernt hast. Ist ja auch das Tutorial, Leute. Da landet man ja erstmal. Komm, gib Gas, Junge. Keine Zeit hier für so führte Fans. Und boom. Schön. Abilities freigeschalten. In der Mitte gibt's hier noch eine Waffe. Und zwar... Oh, jedes Mal. Sieht aus wie so eine kleine Schrottflinte. Was hat denn die da rechts? Seht ihr das? Oh nein. So ein Ventilator oder was ist das? Holy shit. Was hab ich jetzt aufgehoben? Holy, was ist das denn? Das kenn ich noch gar nicht. Also ich hatte gerade... Anscheinend gibt's hier... Ah, neue Boxen. Jedes Mal kicke ich die Scheiße hier weg. Okay, was gibt's hier jetzt? Haha, wie ist die... Wie ist die wegkauert, ey? Runter mit euch hier. Okay, da so eine kleine Minigun. Ist ganz witzig. Kommt ganz gut. Grappeln wir uns mal hier wieder rein. Okay, was haben wir hier noch? Achso, das ist dieses Granatending, ne? Ah, okay, cool. Ihr seht, ist ein bisschen so Flächenschaden. Smokebomb, Granate, whatsoever. Aber ganz witzig. So, also wir haben den Grapplinghook. Ja, mit dem wir uns da hochgrappeln können. Dann haben wir hier... Boom. Sehr viel Spaß, das Zeug wegzuhauen. Komm, und? Kann ich diese Kisten... Ich will die mal runterschießen. Wann kommen die denn mal runter, hier, die Scheißdinger? Okay, erstmal nachladen. Weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall haben wir hier noch... Ah, seht ihr das? Das sind so... Ähm... Ja, wie soll ich das denn sagen? Antriebsturbinen? Genau, Turbinen nennen wir das Ganze. Auch sehr cool. Am besten hat mir eigentlich gefallen... Das Ding hier. Macht bestimmt auch nicht so viel Schaden, aber gut. Abilities, Leute. Wir können uns auch mal angucken, was für Fähigkeiten wir haben. Und zwar, schauen wir mal da. Left shift to use the ability. Äh... Okay. Was ist das? Äh, left shift. Holy shit! You're ready to play Sky Moon. Oh toll, das freut mich aber. Ich hab trotzdem nicht geschnappt, was das ist. Ah, gucken wir mal hier. Hey, H for Hints. Okay, ich hab, ähm... Mines. Press left shift to toss a mine. Press it again to detonate. Okay, ich kann also Mienen schmeißen. Und sie explodieren lassen. Sehr nice, okay. Dann haben wir hier... Das hab ich jetzt. Teleporter. Press left shift to throw a teleporter. Press it again to teleport. Okay, ganz easy. Das heißt, wenn ich da hoch will, schmeiß ich das Ding da rüber und zack, schon bin ich oben. Okay, und... Weg mit euch! Okay, ist ganz witzig. Hat so ein bisschen was von Overwatch, manche Sachen, nicht wahr? Also... Oder täusche ich mich? Ich hab jetzt nicht viel Overwatch gespielt, aber von den Abilities her, muss ich sagen, kommen wir so ein bisschen fähig... Äh... So ähnlich vor. Okay, chat boots. Hold left shift to fly. Watch the fuel meter. Okay, let's go. Wo ist denn mein fuel meter? Ah, da unten links, ich seh's. Grappling Hawk und fliegen. Und schon sind wir ganz oben und... Ballen erst mit den Kaktus weg. Tschüss. Kein Widerstand ist zwecklos. Okay, sehr cool. So, was haben wir hier noch? So eine Jukebox. Ähm... Das war wieder Mine. Holy shit! Oh, no, 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 no. Fliegen, 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 hallo? Okay. Alles klar. Ich würde sagen, wir sind bereit für die erste Runde. Sieht schon mal gut aus, was wir hier gemacht haben. Ich denke auch, wenn wir dann spielen, kriegt man halt nicht so viele Möglichkeiten. Ähm, bezüglich, ähm... Wie soll ich sagen? Ja, der Waffenauswahl. So, wir machen hier mal, ähm... Warte, gehen wir mal back und sagen Practice und sagen hier Practice. Gibt's hier auch noch... Achso, das ist wieder dasselbe Level. Boah, lecker. So, das ist ja gerade, Detonator. Egal, Leaf Game. Jetzt noch eine Sache. Die Server, die aktuell online sind, sind lokal gehostete Server. Das bedeutet, was wir hier in der Serverlist sehen, sind alles Home-Server. Ja? Ich seh leider keine Ping, was schade ist. Wen gibt's denn hier gute... Gute... Hier gibt's jetzt Chase, Badass, Happy, Genchi, irgendwen. Das sieht schon mal nicht gut aus. Hier, der ist voll 7 von 8, 7 von 8. Hooker's Unite EU klingt gut, da geh ich mal hin. Ähm, wer das nicht weiß, was es heißt. Prostituierte. Hooker's in Prostituierte. Wie, ich komm da nicht so rauf. Ist der gerade voll geworden, oder was? Oh, das Hooker's Unite ist gerade ausgegangen. Schade. EU free for all. Gehen wir da mal rein. Okay. Ähm, gut. Ich würde ja gerne. Aber der lässt mich nicht. Ah, hier darf ich mitspielen. Sehr gut, sehr gut. Okay, okay, los geht's, Leute. Okay, okay. Der Rot ist tot, hab ich gehört. Der Rot ist tot. Holy shit. Komm, gibt's den Headshots? Wow, 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 wow. Okay, geht immer richtig ab. Geht schon mal. Ich bin da völlig überfordert. Wow, was heißt überfordert? Nein, komm, ich bin auch okay. Gerade ist zurückgekommen. Oh, die Box gereift. Das hab ich hier mir geholt. Oh shit, ich hab mich dahin teleportiert. Ich war im Geist wenn die Miene. Oh shit. Schnell mal hier hoch. Nicht nebeneinander herlaufen, Leute. Das ist ein Gegner hier. Das ist ein Gegner. Töte den, töte den, töte den. Boah. Alter. Bin ich erschrocken. Okay, das war das Ende dieses Matches. A middle man has won. Es gibt übrigens zwei Fraktionen. Die roten und die blauen, ja. Also so irgendwie, glaube ich. Jetzt ist hier so slow motion gesagt oder was? Okay. Ja gut. Ich bin da nicht mit dabei, weil ich weiß nicht warum. Aber ich hab mir Mühe gegeben. Wir returnen in die Lobby. Also jetzt. Okay. Do you like this game? Was steht hier? Elimination 1. Okay. Hab ich, ich hab, hab ich eben gedötet, ja? Ist das hier, bin das ich? Ich hab keinen blassen Schimmer. Ähm, oh ne, ich bin im Kartell. Schade. Ne, dann war ich wohl nicht hier, ne? Irgendwie war ich nicht gut. So, dann probieren wir mal aus. Waiting for players. Hier ist auf jeden Fall die Mitte. Ich schieß nochmal drauf. Krieg ich den Typen hier? Oh. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich seh ihn nicht. War das jetzt gerade eine Mine, die ich vor den Typen geschmissen hab? Ah, das war der, ach Gott, der weiß der Staat. Huh. Und schon bin ich in der Backline von dem. Oh Gott, oh Gott. Ich hab keine, ich hab gar nicht schießen, ich kann nicht schießen. Und zurückgreif und die Kiste holen. Okay, Revolver, Leute, Revolver. Damit mach ich's alle fertig. Wo sind sie? Wo sind sie? Nix, Sniper-Schuss hier, ne? Okay. Ups. Okay, neue Waffe. Ist diese Granate? Ich weiß gar nicht, muss ich das... Ah, wir müssen das Ding dahinter fahren. Jetzt schnall ich das. Seht ihr das? Wir müssen da... Ist da hinter mir jemand? Oh Gott, schnell hinporten. Und das Ding hier holen. Ah, H drücken. Und wegbomben, Jungs. Wegbomben, oh Gott, das hinter mir ist hinter mir. Wo ist er denn? Da. Und da hab ich ihn erwischt. Okay, schnell dann diese Mine hinlegen. Gut, jetzt kann ich der Ruhrport und es hat nicht viel gebracht. Hopp, Jojo, Jojo wird weggeballert. Komm schon hier. Granaten! Okay. Und? Ah, ich wollte mich dahinter verstecken. Also ich beinahe Wisch, die Pennei. Uh, ich muss hier weg, Leute. Das wird ein bisschen heiß für mich. Das wird ein bisschen heiß. Ah, scheiße, vor der Ding ist schon. Nein, 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 nein. Los, wieder hoch, wieder. Ist der gerade runtergauen? Wo ist er denn hier, der Typ, ey? Ist er noch da, ich sehe ihn nicht mehr. Haben wir jetzt rausgekommen? Da hinten fliegt er. Wow. Oh, gerade, ey, zum Glück hat er diesen Teleporter hier. Ja, ich glaube, ich habe Jojo runtergeschossen, hat er sich schon geschickt. Aber ich habe keine Munition mehr. Ich habe keine Munition mehr, Leute. Ich habe keine Munition mehr. Boah, hör auf! Hört auf, mich die ganze Zeit anzuschießen. Oh, schnell, den Teleporter. Oh, Alter, meine Rettung, dieses Ding. Okay, wir sind hier auf der falschen Seite. Ich brauche eine Waffe. Ich habe keine Waffe mehr. Alles klar. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Okay, ich habe wieder eine Waffe, Leute. Sniper, Baby, Sniper. Kriegen wir schon irgendwie hin hier. Falsche, ah, falsche Richtung, Mann. Okay, den habe ich gut weggeweilert. Okay, da drüben steht einer rum. Headshot, Baby. Okay, ich mache meinen Teleporter daher, falls ich die runterfliege. Okay, der leckt ein bisschen. Hab ich den erwischt? Oh, jetzt hat er sich gerade weggeportet, dieser Penner. Kann ich auch gar nicht. Headshot! Mein Aim. Komm schon. Gas, Ding, gib Gas. Komm, drehst du um, drehst du um, drehst du um. Und jetzt umdrehen, 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 in falsche Richtung, Leute. Falsche Richtung, falsche Richtung. Wow. Hat den, holo, shift. Nein! Ich hab doch, ich war doch, kann ja nie wahr sein, ey. Macht auf jeden Fall, macht auf jeden Fall Laune, das Game. Das kann ich nochmal sagen, Leute. Laune macht's auf jeden Fall. Hört auf, das zu pushen, das Ding. So, einen habe ich schon weggeweilert. Fliegt man hier Penner. So, hier mal den Teleport wieder hinpacken. Oh Gott, gibt's doch wohl nicht hin. Nein, mein Hook, mein Hook, mein Hook, mein Hook. Käpt'n Hook! Oh mein Gott, ey. Wie knapp, ey, wie knapp. Okay. Jojo, kriegen wir hier. Tja, da schaust du, ne? Oh, ich muss nachladen, muss nachladen. Okay, Porten. Falsche Richtung. Oh, 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 oh. Wohn zurück. Alter, wie knapp das war. Nein, ich muss Porten, Leute, Leute, Leute. Porten, Porten. Puh, ich schmeiß die ganze Zeit meine Ports in die Luft, ihr habt ihr das gesehen? Nachladen und... Oh, komm schon, ich muss hier noch im Kopf schießen, ey. Kann doch nicht wahr sein. Ja, den hat ich gut erwischt. Mach den mal weg hier. Kann doch nicht wahr sein, ey. Okay, okay, okay. Habe ich den Typen... Oh! Ah, ich habe wieder keine Munition. Jedes Mal, ey. Oh! Oh, okay, das war ein bisschen laggy gerade. Okay, ich werde euch nur die Kiste von euch haben. Alles gut, sonst soweit. Und... Ah, ich habe... Mein Port! Wo ist er denn? Wo ist mein Port, ey? Wo ist hier denn die Übersicht? Drei Eliminates, drei das. Okay, immerhin, immerhin. Ein bisschen mitgespielt habe ich schon. Komm schon, Jojo. Puh, Alter. Was halt denn die Schrotflinte? Tschüss! Habt ihr das gesehen? Habt ihr den Kegels... Oh! Habt ihr den geschafft, ey. Oh, alles... Alles lex, Mann. Alles... Nein, nicht wieder dich runterfliegen. Oh, komm schon. Ruck dich hoch, halt. Ruck dich hoch. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Wie oft trifft er mich denn dieser Panel? Der hat so voll auf mich abgesehen hier. So, und jetzt hier. Du hörst eigentlich zu den Gegnern? Nee, du bist dann gut. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Komm, 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 hoch, da, hoch, da, hoch, da. Schaffst du schon irgendwie. Ach, out of armor, unser toll. Sagst du mir jetzt. Oh, Alter, dieses hochgekleiden. Nein, 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 so nicht, soll nicht gewidmet. Wo ist denn diese Füße hin? warum ist hier keine exoten mehr kann ich den typen was ich brauche ist auf jeden fall mehr ammo ja habe ich wieder sehr gut langsam bekomme ich auch so ein draht dafür kein zweites mal bei dir kein zweites mal oder ist er noch da falsche richtung wo die falsche richtung ich habe noch die mine habe ich noch gesprengt wo sie beide neben mir standen das noch nicht habe ich irgendwie damit erwischt habe ja das schade man habe ich leider nicht so ich glaube ich habe ich auch bekommen man schon kommt schon kommt schon dauerfeuer keine mien mehr aber ich dann noch ein mit rauskommt dieser jojo der mag ich nicht jetzt genau gesehen das genau gewinn halt das kann ich wahr sein wie die abgehen wie hauen die mich denn immer so raus es ist ein starkes team ok da war jetzt passiv dieses granaten nicht wieder nach so habe ich mich rausgeballert ne ich kann ja schon jojo stirb es macht ja sehr viel spaß mit diesem minen den wir wegzuhauen ach der wird jetzt mit mir vernehmt jojo wieder hau bloß ab jojo weiß ganz genau das ist uns beiden wird es nichts wo ich die mini gesetzt hat seht ihr das ja die wand folge ha shit ich habe jojo nicht erwischt okay die muss hier rüber oh ich glaube ich bin auf dem sack hoffs hoffs ralf nach autofarm noch nicht schon wieder ey muss noch ein bisschen mehr auf meine arme aufpassen ok da fliegt die box ok sobald man mit dem grappling rund kriegt es irgendwie hin so ja ich bin wieder ich muss nur jojo erwischen der hat aber auch auf mich abgesehen und ich hänge irgendwie fröhlich rum oder was hey warum ich hast auf jeden fall gutes rage game sag ich euch ach komm ey damn it ey and fuck you jojo alter so ach cool es wurde zensiert naja wenn es euch gefallen hat leute lasst ein like da ich persönlich habe wirklich sehr viel spaß mit dem game ist gerade in der beta und schreibt mir doch in die kommentare was ihr von dem game haltet ist auf jeden fall sehr lustig macht spaß vielleicht spielt ihr auch bald mal mit jemand anders zusammen würde mich auf jeden fall freuen macht's gut ich bin draußen ciao ciao euer Ralf euer Ralf euer Ralf euer Ralf euer Ralf Vielen Dank.